Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Doraemon Story of Seasons. Ja, in der letzten Folge waren wir schon soweit. Oh, wir können auch die in Snack geben, na super. Ähm, dass wir, na, kann ich die auch bürsten? Ne, kann ich nicht. Ähm, wieder ein paar Szenen getriggert haben, das Pferd bekommen haben. Und ansonsten wollte ich heute schauen, ob wir nicht so langsam mal die Koroboku bekommen könnten. Denn wir haben mit allen außer Marik, ähm, von seiner Familie schon, äh, jeweils ein dunkelblaues Herz. Ich hoffe mal nicht, dass wir dann extra noch für ihn ein dunkelblaues Herz bräuchten, damit wir die triggern. Und dementsprechend würde ich dann einfach heute mal in den Kula-Wald gehen und schauen, ob wir da mal ein bisschen vorankommen mit den, ach so tollen Erntewichteln. Ansonsten, ja, das Pferd haben wir ja bekommen, da können wir ja hoffentlich demnächst sehr zeitnah, ach so, ich muss heute noch ein bisschen Dünger kaufen. Ja. Zeig mir ein. Dünger hin. Ja. Ja, wäre besser gewesen. Ja. Ah, das war der letzte Meisten, okay. Ah, die, naja, mal gucken, vielleicht ist der ja doch noch ziemlich gut geworden. Ja. Äh, ach so, gieß kann das alle, wollte gerade sagen, warum gießt du dich weiter? Ja. 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 Ah, und jetzt kann ich mal gucken, ob wir mal noch schräg gießen können. Ja. Nein, geht nicht. Bäm, 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 bäm. Bäm, 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 bäm. Also ich würde wahrscheinlich schon dann auch den Mais zum Erntefest nehmen, denn ganz ehrlich, macht am meisten Sinn für mich, weil der wird dann das meiste an Gewinn einbringen. 3 nochmal, das ist sehr schön, dann haben wir insgesamt 9 von der ganz guten Qualität. Ah ne, Tomate würde ich nehmen, weil die hat 3, aber fast 3. Warum sind Tomaten wohl so rot? Sind sie schüchtern? Ich jetzt, Mais, sehr beliebt im Sommer, fast genauso wie Wassermelonen. Okay, okay, bei mir alles. Ja, ich hab dich auch davon einiges durch. Ja, alles einfach weg, danke. So, dann brauchen wir eine Bürste. Na, du siehst toll aus Elsa, wir machen das hier schnell durch. Ja, toll, Missy, das passt. Dann machen wir hier. Und hier. So, Kekse brauchen wir erstmal nicht. Melken müssen wir aber. Packen, pack die Kuh bei den Hörnern. Aber in dem Fall eigentlich eher am Hintern. So, was bauen wir denn? Bauen wir danach ein Werkzeugschuppen oder erstmal ein größeres Silo? Also, äh, einen größeren Hühnerstall. Vielleicht einen größeren Hühnerstall. Juppa! Damit wir vielleicht, äh, auch mal brüten können. Weil das macht für mich am einzigen, als einziges Sinn, wie wir wirklich, ähm, mehr Hühner bekommen könnten. Oh, das Absteigen dauert echt ewig lange. Ja, wir bleiben erstmal auf. Ja, wir haben doch schon gestreichelt, Mensch. Ja, du kriegst noch einen Snack, Shinji. Noch einen Snack geht sowieso nicht. So, wo ist er denn? Hier, komm, aufsetzen. Aber schön, wenn man doch ein bisschen schneller über die Farm kommt. Na, Kiki, hm? Du kommst heute auch raus. Ja, reden tue ich dann auch noch mit dir. Ja, du siehst toll aus, meine Gute. So, das Ei, bevor wir das wegessen und ähnliches machen. Einmal speichern. So sollte es ja auch sein mit dem Speichern. Speichern, 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 speichern. Ähm, ja, schön, dass wir einfach so durchs Pferd durchlaufen können. Ja, schön, dass wir einfach so durchs Pferd durchlaufen können. So, hier ist mittlere Bäume, Bäumchen. Ah, Sandy, Sandy, bleib stehen da. Ich seh dich, Sandy. Du brauchst mich nicht erbauen. Hä? Ey, Fräulein. Fräulein. Die Leine im Morgendraun auszuwerfen, ist das A und O des Angelns. Nein. Und ich hätte die Gießkanne geben. Du bist auch hier eine Einwieder. Nein. 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 Huuu. Nein. 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 Ich glaube, ich sollte es mal lieber sein lassen, hier auch mal mit dem abhacken. Und gleich schon mal zum, zu den Wichteln gehen. Ich meine, kleiner Freund. Uhaha, kleiner Freund. Uhaha. Yoshi, Yoshi. Ja, ne, heute ist alles schön mit dir. So, hoffentlich kriegen wir jetzt die Korobokur zu Gesicht. Mal schauen. Sehr cooler Wald. Hier können wir nichts triggern. Hier vielleicht. Nein, immer noch nicht. Ja, wahrscheinlich brauchen wir echt mit Mike noch. Damn it. Oder wir müssen zu bestimmten Zeit hier sein? Auch möglich. Naja. Machen wir erstmal den Baum noch weg. Hallo? Nein. Nein. Fünf. Sechs. Zack, das passt, das passt, das passt alles. Schade. Ich hätte echt gehofft, dass wir die heute irgendwie hier antreffen könnten. Aber naja. Hier ist auch nichts weiter. Wir machen auch mal das Bäumchen gleich weg. Nein. 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 Vielleicht müssen wir auch einfach nur ganz früh hierher kommen. Das wäre vielleicht auch mal noch eine Idee. Dämm, 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 dämm. Du, schon wieder hier? Meine Fresse. Na, geht es dir jetzt besser? Wieso sollte es ihm schlecht gehen? Hab ich was verpasst? So, dann teleportieren wir uns nochmal in den Kullerwald. Schade, irgendwie. Nicht wirklich. Können wir nochmal rüberlaufen? Ey, Pferdchen. Nee, du bleibst da. Ich trau der ganzen Scheiße nicht hier. Warum gibt's hier kein... Ah, no. Eins. Zwei. Drei. Naja, gucken wir mal, dass wir Mike da noch irgendwie beschenken. Wahrscheinlich brauchen wir ihn doch irgendwie auf noch blaue Herzen. Schade. Gut, hat nicht geklappt. So, wo haben wir ihn denn? Mike, 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 Mike. Mike, in der Stadt. Beim Essen wahrscheinlich. Da ist er. Hey, Mike. Ich habe einfach kein Glück. Ach, du bist es nur wieder. Ja, und hast halt kein Glück. Danke dir nur, bitte. Das weiß ich zu schätzen. Willkommen nur wieder. Ah, jetzt ist er was. Danke, wir bist dabei. Schon wolltest du mit mir was unternehmen? Nee, heute nicht. Tut mir leid, ich muss etwas erledigen. Interessant, dass er später ist, als die beiden. Hm, heute haben sie offen. Aber erst auf 15 Uhr. Machen wir mal einen Nickerchen. Halt. Hier unten haben wir noch unseren Schmied. Ja, im Sommer ist es heiß, aber ich beschwere mich nicht. Direkt vorm Laden gepennt. Der macht Sachen, ne? Ah, tolles Wetter haben wir. Was, Nubita? Guten Tag, Nubita. Wie heiß es ist. Wie geht es dir, Nubita? Ach ja, ganz gut. Willkommen. Willst du was kaufen? Ja. Ja, Dünger. Obwohl, doch Dünger könnte ich jetzt schon kaufen. Machen wir gleich 12. Vielen Dank. Danke fürs Vorschauen. Wolltest du unternehmen? Nein, mit dir unternehme ich überhaupt nichts. Machen wir denn die Blume, die Blume, die Blume. Hier, gib sie dir. Nee, ich gib sie dir. Wenn du darauf bespürst, danke dir. Ja, ja, ja. So, hier, du kriegst mal Milch. Danke dir, Nubita. Gut, die mag das nicht. Also, die ist eher der Blumenmensch. An so heißen Tagen möchte ich mal... Hier hast du... Eier. Oh, Eier am Achse. Schön. Also, sollte ich mir mal fast denken. Ja. Den Nubita hast du den Käfer gefunden. Nein, hat er nicht. Guten Tag, Dr. Hokann. Ja. Hey, Nupita, für einen Arztbesuch sieht es gut aus. Oh, ich bin nur... bin ich zu untersuchen hier? Was kann ich dann für dich tun? Oh, das ist... Nupita! Oh, ähm... Was ist mit mir? Nichts, überhaupt nichts. Ich habe Nupita gebeten, Einigkeiten zu helfen. Fragen drei Leute sind nicht genug? Aber wenn er bei einem Experiment helfen will... Andererseits ist wohl der beste Tag dafür. Ah! Gitt! Was denn nun? Seruna-kun! Seruna! Was ist los? Meine Güte! Oh! Oh! Hä? 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 Um Himmels Willen! Was war denn mit mir los? Was war denn mit mir los? Was warst du hier, Serena? Ich glaub's nicht! Was? Einfach so! Hä? Was ist in Ordnung, Serena? Was ist denn hier los? Hä? 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 Dr. Rokondo brückte verbirgt. Wie Sirena reagiert hat einfach so? Aber... Einfach was? Wäre wohl die bessere Frage. Das hatten wir beide im Dunkeln. Hol' um und prüfe auf Bett. Alles klar, Shizuka. Lass mich, wenn du mehr weißt. Äh, äh, Rokondo? Ganz ehrlich, die liegt noch im Bett. Wir fallen da jetzt, äh... Oh... Es geht wieder. Du musst dich nur ein wenig ausruhen. Aber ein Medikament, das ich gerne an ihr testen würde. Äh... Nein... Mach das bitte nicht. Äh... Doktor? Nur ein Witz. Aber, äh... Dass sie wegen eines Käfers ohnmächtig wurde. Ein bloßer Chef? Oder... Kann es etwas anderes sein? Ja. Es geht dir wieder gut. Also macht euch keine Gedanken. Hab ich da gesagt? Wohl etwas überarbeitet, Shizuka? Passt du auch auf dich auf? Jawohl! Das gilt auch für dich nur bitte. Ja, ja. Gute Besserung, Sirena. Danke. Ja, ja. Danke. Ja, danke. Und bitte. Ich bin so ein wenig aus. Ich lese mich anderen. Ich begiere mich an ihn. Ich denke mir die Besserung. Ich schmifte dich an ihn. Ich lese mich bei einem für ein paar Haubleben. Der war für ein paar Haubleben. Das gehört uns immer mal raus. Ich bin so ein paar Haubleben. was bist du blöd die kuh fische fische fangen können da habe ich natürlich nicht meine fresse die die ihre scheiß mit nackten großen hey nubita sagtest du nicht du könntest das und ja kann sein aber komm egal so hatte ich die heute schon auch die hat schon was gekriegt du kriegst du bist schon eher beim blauen herz ist der alte sack der hunger nackt am ein bürgermeister nicht aber es war es macht selbst was zu essen eine frage ich jetzt noch mal ein cool arbeit ist kann ich auch zu einem dann gehen wir zurück zur form alle kann weg und der rest kommt hier rein was, das wollen wir aber nicht, hier wollen wir hin cooler wald bringt nichts hatschfluss die alte raviola die kriegt ein blümchen da haben wir jenny die hitzewelle dauert an, wie kommst du damit klar, ganz gut hey nubita, soll ich da irgendwie nicht landen so raviola, da bist du oh, hallo nubita, guck doch rein und gönnt eine pause bei dieser Hitze danke, ich werde sie anhalten ja, wäre halt schön mal zu wissen, was die Leute so alle mögen so, ähm hier war doch, ach doch, hier war die Tür, okay war ich schon wieder zurück zur form okay bisschen hüpf reicheln na du, mein großer ich könnte jetzt wirklich ein Nickerchen verdragen dann mach doch ein Nickerchen, ich halte dich davon nicht ab dann kann ich den Teakiks geben, hab ich das schon mal probiert oh wow, der scheint ja wirklich zu schmecken aber nein, nicht wirklich das Beste oh, die Tiere müssen ja rein, Mensch bin ich blöd Tiere müssen doch rein eigentlich bevor es dunkel wird, aber naja Gott so wegen 10 Minütchen werde ich hier noch nicht ich habe mich eigentlich angeschrien von seinem guten Tierchen rein mit euch hallo dankeschön Pärtchen und einmal aufsetzen und ab in den Stall hallo wollte absteigen so Freunde wir sind eigentlich schon wieder am Ende einer Folge angekommen Menschenskinder schaltet beim nächsten Mal wieder ein ich hoffe es hat euch sonst so weit gefallen und ich sage nur noch Ciao Ciao разб ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020